ist das recht gut dass es so dunkel ist mein halbeschein sieht man nicht gut ich bin ich weiß gar nicht wo ich hinlaufe ich sehe nichts Lenschenmann Neufolge Ok du bist er Guck mal was ich gefunden hab Guck mal guck mal Moment Innig Ich hab ein Messer Hab ich gerade weggestochen Ne UMP Mama Du hast ne Brat Hast du was war das LOL du hast du hast so ein Brustpanzer Genau als Brustpanzer Ich hab ne Springfield Ich hab ne Springfield Miko Was? Das hat sich endlich bewiesen was ich schon immer wusste Ich bin ein heiliger Oh man Hier sind die K98 bei mir Brauchst du noch eine K98 Ich glaube nicht ne Okay Ja dann sind wir mit dem Götter Miko mit dabei Ich bin einfach mega geflasht und das ganze Spiel hier Wir machen noch ne zweite Folge Und guck mal was hier jetzt einfach abgeht Miko wer es sich mal hart durch Carrying Und hier liegt ne Pistole bei mir Und ganz viele Konserven Und ein Körperpanzer Ja komm einfach mal so würde ich mitnehmen Äh Da Die Konverserven habe ich jetzt mitgenommen Tut mir leid Ne da war ja noch eine Eine für dich eine für mich Ah hast du ja perfekt gemerkt Ja 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 Kiste wo konserven Konserven Mit Connection Das will ich ja nicht besitzen Du schaust das Ja Ist die Zone weit von uns weg Wir sind Bisschen Wir müssen noch ein bisschen laufen Wir müssen noch nach San Diego laufen Hast du zwei Hauptwaffen quasi Äh Ja Ich hab ne Springfield Und ne Enfield Weil hier liegt ne Drilling Da hab ich die Drilling mit Und das ist ja Ingenieur Wahrscheinlich ein Schubflöte oder Doch Und das ist Und das ist doch Was gesagt ist und probieren Hab ich das Ich hab ich habe Ich hab so rüber Ich hab eine falsche Richtung Aufmerksamkeit Ich versuche Das war noch weiter weg Und Ich bin Ich bin Ich hab dich nicht wieder Äh Hä Hä Ich rück doch eins Oh nein Ich hab's geworfen Nein Das war jetzt aber krass Ich kann's nicht ausstammeln so jetzt Aber was das Beispiel meint ist Also so PUBG an sich würde ich Sobald auch mal gerne ausprobieren Weil da gibt's ja Sobald private Server Das hab ich glaube ich Schon mal erzählt Mit dem ich schon eben was Mal aufgenommen hab Privates Server Das ist glaube ich So Auf dem Ding was dann richtig geil wäre Sonnenfinsternis Ach du Scheiße Ich sehe gar nichts Aber es sieht schon ganz geil aus Das ist schon ganz geil gemacht So Gewehr 340 Du hast die Kühlschrank auf der Straße übersehen Ja Witzig Hallo Große Tarntaschen Weiß ich nicht Na 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 Ya noch eine ist das mega anlage hier oder voll witzig da wird einer gemäss hat wie ich aber nicht sehe ich sehe auch nicht der namen noch da bist du ja ich sehe dass du zehn Meter hinter mir bist du sie dass ich keine Ausdauer mehr habe aber ich glaube irgendwie das mit dem mit den Sonnenfenzen das ist irgendwie sag ich jetzt mal in der Art was du auswählen kann er und er geht auf 4 3 2 2 1 1 vorbei oder doch nicht das war mir das gar nicht gedacht also dennoch auf der Welt was wir nicht so ein rotes Gefick okay ich nicht so was ich mir gerade kaufen konnte so was ich kaufen musste damit ich überhaupt ein anderes kaufen kann ah ja mein denn denn ab jetzt an die Ego doch jetzt gezeigt und dritte kommt das ist es zu krass mit den Springer Stiefeln das sind es ist die Stadt Moment ist mir erst mal gelungen Stöckchen gekostet Lohr wird mit der Pfiffe okay da ist er gestattet wird sich richtig hat gefickt wird das Spiel so schnell war es das staub hinterlassen damit du ließ es wird zu krass wird zu krass mann und sieht doch mal nichts ich finde es ist mein heiligenschein ich fühle dich ja eben quasi der rudolf in heiligenstadt ist das echt doof dass es so dunkel ist mein heiligenschein sieht man echt mann ich weiß gar nicht wo ich hinlaufe ich sehe nichts mann wo bist du rein die treppe hoch folge dem heiligenschein folge dem heiligenschein ja folge dem heiligenschein genau genau folge dem heiligenschein folge dem heiligenschein und jetzt hier schon der redlingste ja easy dann hier oder ist der kiste bekommt im moment das ist doch ein herzkontakt für konserven aber müssen auch ein gutes stückchen stückchen nein ich bin untergefallen wir müssen eh laufen ich bin trotzdem untergefallen wir müssen laufen wir kommen schnell zone kommt panik oh nein ich bin schon wieder untergefallen was ist die erste treppe zone es ist dunkel zone ich bin tot ey die saunfütze das geht mir echt auf den sack langsam ganz ehrlich ich kann nicht immer ich kann nicht wiederbeleben mit dem herzen dafür das hat er ja gut dass wir jetzt auch mann und dahinten hätte ich sie wiederbeleben können diese feuer da kann man ausgehen ich habe keinen bock im heiligenschein rum zu laufen hä aber wie passiert das denn mit der kack sonnenfinsternis als wenn vier mal in einem game der scheiß sonnenfinsternis kommt junge das habt ihr gesehen dann brumm gleich ist er tot gleich ist jemand tot da hat ein mutter oh mann ist das boi vor allem will ich erst mal loon weißt du jetzt sind außerhalb der zone aber das ist ja das ist ja schmutz was kann ich wenn ich das zeichnet das ist ein halter ist vollgestopft so zweite runde von folge 2 ich wäre so ein luchador was eine maske auf das ist ein sechstfaches zielfernrohr auch wenn ich noch keine waffe gefunden hat diese vertragen kann was das was bringt was bringt diese 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 brille jetzt habe ich das wort gewonnen welche nacht sich oder so ne kadler oder so was ich richtig gelesen wird das was ich hatte auch vor der wir haben setzt man die auch weißt du das dann hast du dir nicht ich habe mal 14 zielfernrohr dann war schön ich bin wieder flash das ist noch ein scope ich habe keine einzige waffe aber hauptsache zwei scopes ok eine pistole ja stufe zwei hände nice job ins messer die k98 man kennt sie das ist die mindere tasche ich glaube ich glaube ich glaube auch noch was war nicht wie du noch ich weiß nicht wie du da auch noch ein zielfernrohr drei stück geil willst du auch nicht meinst haben hast du vier ich nehme erstmal die drillen hier dann habe ich eben meine erste waffe abzug halten um schuss anziehen anzusehen das ist cool als ich das getötet der ruben schon wieder typisch ja ist der flash der ruben weiß die politikale kann man nichts aufsache konserven hans anzusehen Prozent anzusehen anzusehen ein 1 1 4 in Rom er auch immer sie wurden eine Karte 90 Gott sei Dank bei der Karte und was er die Monika von Köln euch mal 16 Euro das ist doch aber jetzt die Monat für meine karte 90 wie kann man sachen trocken Prozent Prozent ausgebildet sehen und dann lassen das habe ich jetzt abgelegt ja Prozent die müssen wir sind für die Fläche ja so bei Wünschen ich bin hier weiß ich wofür aber ok bin heilig! heilige Lüncher! Münzen! hier sind MP MP 35 was zum Beispiel ist unten äh da was ist denn da? ja ich will wissen ob wie gut die drinnen quasi ist was? ja dann probier's halt aus lass mal ein paar Zielfenrohr wegschmeißen bitte? welche Stufen von Zielfenrohr hast du? oder hattest du? ich hab jetzt 6 und ich hab 3,5 und 4 glaube ich weggeworfen ok ok drei Waffen nachgeladen und äh ich hab den Focktipp ich glaub wir laufen in die falsche Richtung na tun wir auch und guck mal ob so das ist Ohrritual des Schnelles Laufens äh Ritual des Schnelles Laufens der Br widget also dort wie schnell bist denn Du dann wohl eigentlich? Hohohoho dann wer inspections dann lässts gar nicht wissen kann man Schwimmen ich weiß dass das gar nicht mehr flophe hihihi Diese . hijihihi jetzt ist wieder da film maba testen wenn sie eine gleiche Oberfläche die nach Oberflächen das ist hier hier wir wollen sehen wir können sehen was er die im Gegenteil so in mg was ist denn was ist denn die tt der pistole wie wahrscheinlich was gerade liegt ich habe ja ich habe meine karte um ein m19 17 entfällt wenn wir da kam wo die note endet haben wir die richtung ist das spiel ist ein bisschen so am laufen quasi weil es immer wieder ein anderes ist okay und was cool ist ist du kannst du und suchen drauf hast einmal tippen dann gehst du ins offene visier wenn du gedrückt jetzt gehst du ein das muss ich jetzt zum beispiel auch nicht was wir sind wir sind noch kuckuck dieses spieler weiß ich nicht glaube nicht ich wollte gleich mit diesem piken scheiße ausprobieren aber ich glaube das nicht na egal ich höre die ganze zeit schüsse also mein spieler klingt irgendwie ein bisschen russisch ich habe so schokoladenfabrik schokoladenfabrik direkt daneben die friedhof und kirche üblicher passt ja gut zusammen genau bautos und schokoladenfabrik das war der heiligenschein ich traufe sehr nahmen von jesus maria und dem clown kirchen der ding sagte na klar aber neben 35 aktiviert die die kaltzlobrik ich bin tot link im haus in haus drin im fenster und es ist es ist 2 Na ja, der stimmt. Ach komm. Okay, die MP verzieht der Wahnsinn. Kochen noch einmal. Session seit 8 Minuten. Hallo, das war geil. Man, die erste Bär ist die beste Runde der 4, weil man eine erste. Bis zum nächsten Mal. Haben wir rein? Ciao. Bis zum nächsten Mal.